Blufix, der lichthärtende Spezialklebstoff. Blufix, die Blaulichtreparatur. Schnell und stark. Schnell einen Griff auf eine Glasplatte kleben? Einfach Blufix für Glas und Metall auftragen. Durch das Glas mit der beigefügten Spezial-LED aushärten und fertig. Hält super. Hier haben wir ein Loch in einem Wassertank aus Plastik. Einfach Blufix für Plastik auftragen, anschließend mit der Spezial-LED aushärten und fertig. Alles wieder dicht. Repariere mit Blufix für Plastik einfach eingesprungenes PKW-Rücklicht. Der Griff soll an die Glastür? Einfach Blufix für Glas und Metall auftragen und mit der Spezial-LED durch das Glas aushärten. Blufix, der lichthärtende Spezialklebstoff. Blufix, die Blaulichtreparatur. Schnell und stark.